Also bei Ocarina of Time Man hat ja alle Zellerspiele so ein bisschen zusammengemischt, ne? Hey, das sind kleine Schubs Braucht man nicht, braucht man nicht Braucht man eventuell Das ist ja geil mit den Zäunen, sowas braucht man in Minecraft auch mal Brauchen wir einen Kuchen? Ich glaube nicht, ne, meine Damen, wir brauchen noch nix Wer bist du denn? I miss, I miss, I miss, I miss, I miss, okay Man, hier sind ja nicht so viele Leute, ey Ich sehe schon, Under Construction, jo Also da unten ist sonst immer diese Minenbahn Da hat man solche, Under Construction, okay Solche Bomben, die sind, konnte man eben platzieren und die sind dann vorwärts gelaufen Kann sich so ein bisschen wie der Super Mario vorstellen, in dem Haus brauchen wir schon Warte mal, hatte der hier einen Ofen? Hm? Nein, okay Brauchen wir in diesem Haus die schon? Der hat einen Ofen, da ist bestimmt was drin Leer, leer, leer Okay, das sind einfach nur komische Blöcke Gut Was ist das hier? Under Construction Ne, das war gar nix, da stand gar nix Hier ist wieder der gruselige Raum Mh, hier ist nix Under Construction Closed for now Geschlossen fürs Erste Wenn ich das jetzt richtig interpretiere Gut, denn, dann war's das doch eigentlich jetzt schon mit Jerole Viel mehr gibt's ja hier nicht Hier ist der Trank Shop Äh, der Trank Shop Äh, der hier Die hier, eigentlich ist das nur ein Kerl, oder? Yes and no, I'm not Razar Ähm Brauchen wir nix Ja Gut Dann waren wir jetzt auch mal in Jerole Auch wenn's hier nicht besonders viel gibt Klippen wir nochmal hier hoch Mist Ich muss das nochmal kurz probieren Ne, das wurde dort extra so gemacht, dass man das nicht machen kann So, geht's in den Händen lang Es wird langsam Zeit für eine Aufnahmepause, denn ich merke, dass mein Mund Langsam an Flüssigkeit verliert, ja Also, es wird langsam aber sicher doch Zeit für ein Bäuschen, ja Mh Gucken wir mal hier Alles ziemlich Naja, leer Also, man hätte die Steppe, glaube ich, jetzt nicht so über Alter Sehen wir jetzt auf einmal soweit Man hätte die Steppe jetzt, finde ich, nicht so überextrem groß machen müssen Gibt's hier auch Die Farm Mit Marlon Und Den anderen Typen Denn in In Ocarina of Time gibt es nämlich eine kleine Farm auf der Steppe von Jerole Mit einem kleinen Mädchen Und dort kann man den seinen Pferden bauen Mh 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 Gibt es nicht Schmarte Mh 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 Falscher Weg, oder? Hier müssen wir doch gar nicht lang Mh 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 schade er wusste hier da war er nicht Warte mal, ey, das ist doch richtig. Höh. Höh, wusste ich eine Todesperke vermeiden. Sorry, ich musste gähnen. Ähm. Warte mal, müssen wir hier noch lang? Höh. 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 Ja, ich weiß, ich bin verwirrt. Aber gönnt mir das doch auch mal. Oh, hier müssen wir tatsächlich lang. Stimmt ja, da ist ja die Tür aufgegangen. Das habe ich ganz vergessen. Deswegen bin ich wieder zurückgegangen, weil ich dachte, ich ist eh zu. Ui, 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 ah, hier haben wir was. Rubine. Ich weiß gar nicht, was man mit so viel Geld soll. Ich muss da vielleicht Bombenpfeile kaufen. Ui, ui, ui. Ohne Musik gehen wir hier lang. Kann ich auf die Blöcke traufen oder tun die mir weh? Ne, die tun mir nicht, ey. Ui, ui, ui. Ja. Ja. Super. Ja. Ja. Vielen Dank.